Allein die Körpersprache von Jens Kiefer beweist, da war von allem etwas dabei. Und ja, tatsächlich, viel mehr Regionalliga-Unterhaltung als das, was Blau-Schwarz und Grün-Weiß gestern anboten, geht nicht. Ja, als Zuschauer würde ich das sofort unterschreiben. Natürlich war es unterhaltsam. Aber wenn man ein 2-0-Führung aus der Hand gibt, dann ist es schon ärgerlich für uns. Wir haben nach vorne fantastisch gespielt, glaube ich. Immer wieder Chancen, wir waren immer wieder dran, haben eine Spitzenmannschaft auch am Rande der Niederlage gehabt. Aber wir machen einfach zu viele Fehler in der Defensive und das kostet uns enorm viele Punkte. Bis hierhin lief noch alles nach Wunsch. Bis zu diesem kuriosen 2-0, 24. Minute. Scholz will klären, Gallego hat etwas dagegen. Ja, es war schön. Also es war Glück, dass der Ball jetzt genau vor meine Füße landet. Ich habe mich viel nachgedacht und ich habe gedacht, jetzt schieße ich einfach mal, dass er dann so reingeht, ist natürlich super. Eine knappe halbe Stunde lang war alles in bester grün-weißer Ordnung. Denn zuvor war schon Timo Cechin vom Elfmeterpunkt aus erfolgreich. 21. Minute, das 1 zu 0, das Chef und Co. so erlebten. Der FCH hat den Tabellendritten im Griff. Und zwar fest. Bevor dieser Griff dann aber gelockert wird und Mannheim immer häufiger entwischen kann. 35. Minute, Benedikt Köp, Anschlusstreffer. Erstmals ist die ersatzgeschwächte Homburger Defensive ausgespielt. Czollack und Fischer fehlen schon länger. Lentsch verletzt sich während der ersten Halbzeit. Gleich drei Stammkräfte der Viererkette fehlen nun also. Dennoch, zur Pause, eine 2 zu 1 Führung und weiter Optimismus. Der dann aber schnell weichen muss. Philipp Förster. Hart und dennoch haltbar. 2 zu 2, 53. Minute. Ein Flatterball, den der sonst überzeugende Jakos nicht zu greifen bekommt. Vermeidbar ist dann noch mehr das Stichwort für den Mannheimer Siegtreffer. Erst verliert Gäbler seinen Zweikampf. Danach rutscht Gallego ins Leere. Zögern Geiser und Stegerer zu lange. Spiel verloren. Die entscheidenden Situationen sind nie auf unserer Seite. Und das ist kein Zufall. Da fehlt einfach was. Was denn? Ja, vielleicht auch auf manchen Positionen ein bisschen an Qualität. Vielleicht auch ein bisschen an Cleverness. Und vielleicht auch ein bisschen an dem letzten Willen, das alles zu machen. Und ja, da muss man dran arbeiten. Aber wir tun daran arbeiten. Und ich glaube, es wird alles gut. Ich glaube, wir kriegen das hin. Zeit dafür haben sie jetzt ja. Bis Mitte Februar ist erst mal Winterpause. Bis zum nächsten Mal.